und abwarten und abwarten und abwarten und abwarten das kann ich aber auch feststellen und dann habe ich neu angefangen und an der selben Stelle habe ich gedacht so mein Gott, das ist selber auch total im Scheiß, aber okay ich probiere es mal weiter Ach, hast du gedacht, das ändert sich jetzt vielleicht nur wegen dir? Ja, das wäre schön gewesen, aber das ist leider nicht passiert ich muss auch sagen, ich bin damals bei dem Spiel eingeschlafen Das war das einzigste Spiel, wo ich während deiner Cutscene eingeschlafen bin Nicht übel Ja, ich weiß nicht, entweder war ich total müde oder... Es war einfach nur langweilig Kann ja beides sein Kommt nicht oft vor Ich glaube das letzte Mal war das bei... Ich weiß gar nicht mehr Graben, 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 hier ist nichts, nach da Ah, ich krieg nur Mist hier Was? Achso, Zeitbonus Ah, wie schön Yes Aber wenn er auch nur Mist ausgräbt, dann musst du nur 10.000 mal Mist ausgraben und hast dann 10.000 Punkte und kannst dir die Kaiserrube kaufen Das stimmt Allerdings weiß ich nicht, ob die Kaiserrube irgendwas bringen soll Ist die gut? Äh, ich... ich untersuch's mal Ich weiß gar nicht mehr, was die so kann oder was für Abilities die hat oder so Äh, ja Ach da Gibt's hier noch was? Ah, schneller Ach, Goldnadeln Tausend Goldnadeln hier finde ich Gibt's auch gar nicht Deswegen hab ich gedacht, hier gibt's nichts mehr, aber... Ja Also du bist jetzt wieder im Wald Bin wieder zurück Jaja, bla 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 18 Punkte Oje Oje, schlecht Kaum nehme ich auf, schreibe mich wieder alle Leute an, eh Gibt's auch gar nicht Egal Ich hab keine Zeit für euch Unwürdigen Einbarrober hat Schutz vor Wind, äh, besitzt Gebilities Anti-Reflex und konzentrieren Okay Aber Kaiserrube kann man ja auch kaufen später oder bekommt man irgendwo oder so Ja So besonders So besonders Aber dann musst du graben, Mann Ach man Hehehe Hehehe Graben Nichts 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 Ach das ist doch amüsant Das wird meine Zuschauer auch freuen Wie wir graben müssen Was schling das förmlich Das glaub ich dem Dem Boah, 200 Giler Wow Aber keine Kacken mehr Irgendwelche Kacken Oh, was gibt's da? Oh, meine Zeit Hilfe Kann ja auch sein, dass wirklich alles weg ist Da solltest du vielleicht nochmal zurückgehen Oh, ha, ha, ha Zurück zu der komischen Lagune oder was? Ja, genau Aber sieh mal so, du kannst auch deinen Schnabel ausführen und gehst dann zurück und kannst viel einfacher da ausgraben Das stimmt Meiner ist jetzt schon auf Level 12, das heißt schon Hat sich gerade eben Aufgepowert Was ist ein Maximal Level? Oder gibt's, äh, weiß ich gar nicht mehr Sag, Maximal Level Es gibt garantiertes Maximale Level, das wird dann so Level 9 oder 100 sein Oh, wow Oh, wow Denklich mal, ich hab nie erreicht, nur ich sag nicht Na, ich auch nicht, soweit ich das in Erinnerung habe Ich dachte immer, früher Level 10 oder sowas, mal gespielt Ja, das wär ganz süß und putzig gewesen, muss ich sagen Ja, früher konnte ich noch nicht so weit denken, weißte Mach doch, das kann dann erst so spät, Alter Ja, aber Teils, teils Heutzutage ist das auch noch nicht so ausgereift Mhm, 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 ich verstehe Oh, ich gibt's nichts Der sagt dauernd, krähe, aber hier ist nix Oder ich rappe mal an der falschen Stelle Hilfe Meine Zeit rennt, um rennt und ich finde nix Oh, totaler Failure Na, was? Aber ich will so, du hörst Habt mir das verlangt, mir meine Fans zu den neuen Runter zu ziehen, weiter zu spielen Das Spiel ist geil, das Spiel ist richtig geil Nur in manchen Stellen, da kotzt es richtig an Ich erinnere mich noch an den Bergkühnen da, den du da mal letztens noch platt gemacht hast Ach, der, ja, der Riesen-Goblin, ja, der Riesen-Goblin da Ja, das Problem war, ich will eigentlich immer alles, also wirklich alles von den Bossen stehen Weil er meistens hat es eine Ausrüstung, ja Das hab ich Mitte der Nacht gemacht So Und er wollte sich einfach nicht das letzte Item stehen lassen Ich hab da eine Stunde lang versucht, von dem zu stehen, das ging nicht Ja, das kenne ich Oh mein Gott Aber selbst wenn man diese Ability ausgerüstet, nur Tafelbruchstücke erhalten, oh yeah Das ist gut, das ist ein Erfolg Äh, was wollte ich sagen, aber selbst wenn du diese Ability ausgerüstet hast, mit der die Stehrrate erhöht wird, selbst dann dauert das voll ewig lange Ja, das ist unglaublich furchtbar Ich weiß nicht, das ist unveraktiv Mal kriegt man sofort alles, mal geht gar nicht Genau, ich find das bei dem Spiel echt nervig, muss ich sagen Deswegen klaue ich auch nicht immer alles, aber sie haben schon gute Waffen, da kann man sich schon am Anfang des Spiels eigentlich gut aufpowern Vor allem, wenn man hier von diesem Einviech da alles klaut, wie heißt der Gizermann, wie der nochmal heißt Ja Hat ja auch einige gute Sachen, aber das dauert, dauert, dauert Eben, eben Nein Ach, meine, jetzt hatte ich was Egal Egal Immerhin hast du ein Tafelbruchstück Und die Tafelbruchstücke dienen ja dazu, dass du mit sechs Tafelbruchstücken die letzte Ability für Schoko freischalten kannst Also hast du eigentlich schon mal einen Schritt zu seiner Vollendung zum Beut in Schokoko getan Also die letzte ist quasi, dass er fliegen kann, oder was? Genau Oh, lag hier, mein Gott, hier hängt alles, Moment Okay Okay Also sechs Stück sind es insgesamt Ja Okay Zwei hab ich schon Ja, fehlen noch ganze vier Ja, ja Da du es lang gut angefangen hast, hast du jetzt zwei da gefunden, also jetzt gibt's wahrscheinlich, ich glaub, zwei oder zwei Irgendwo Ah, hier hab ich jetzt noch Oh, eine Chokokarte Ja Endlich eine neue Karte Mal gucken, was wir haben Hooray Hooray Ja, welche denn Weiß ich gar nicht Guck ich gleich mal Ich hab das bis jetzt auch nur ein einziges Mal gemacht, aber ja, das muss man ja halt machen, dass man zu diesem Superboss kommt Ja Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, aber naja So, was hab ich denn gefunden hier? Ah, Land der Kälte Okay Land der Kälte Okay, da weiß ich auch, wo das ist Das ist ganz einfach, wahrscheinlich Okay Oh ja All einfach Da ist wahrscheinlich dann der gleiche Mist wie immer drin Du bekommst eine Du bekommst eine Karte Uh, okay, Karten sind immer gut Ich hab das letzte Video eine Karte bekommen Irgendso ein Luftschiff konnte nicht mehr ins Inventar getan werden, wurde weggeschmissen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab mich so aufgeregt, ey Oh mein Gott Weil ich schon 100 Karten hatte, man kann ja nur 100 bei sich tragen Ja, ja, ja Verdammt Das finde ich auch ein bisschen doof, aber ne Egal Ja, stimmt Eine Karte weniger Ich meine, die kann man sich ja später alle erspielen Ja Wenn man das möchte Ich hatte auch mal alle Karten, aber weiß ich wie lang das gedauert hat, ey Ich hab's immer versucht, aber irgendwelche haben immer gefehlt Ich hab auch nicht Ich hab versucht das, ne Manche Manche bekommt man auch gar nicht so gut, ey Man kann ja da im letzten Dungeon, im letzten Dungeon kann man ja sehr gut Karten spielen Ja Gegen diese komischen, unsichtbaren Typen da Keine Ahnung, ob das für Typen sein soll Aber ist auch teilweise viel schwer Da ist auch teilweise viel schwer Kartenmeistern, irgendwie so war das Ja, genau Kartenmeister Na, noch was Goldnadel, Goldnadel, Goldnadel Egal, Hauptsache man Schnabel levelt sich auf Ja Also der wird weit in der Schnabel Genau Red Mehr gibt's nicht Ja, Party Blablablablabla Hm? Hat er gesagt, mehr gibt's nicht? Nein, noch nicht Ah Es ist ja, ich komm mal gar nicht erstmal da hoch auf diese beiden Plattformen Da gibt's ja auch was Ja, aber wie gesagt, entweder er sagt wirklich, ähm Oder? Vielleicht wird die angemessen, oder er sagt wirklich so angemein, dann ist das die Frage Hm Ach, da brauchst du mich gar nicht fragen, ich wusste nicht mal dass er das sagt Ja gut Da du recht, da du recht Wir warten nochmal, wir gucken jetzt nochmal ein bisschen Oh graben Ich meine, ich nehme das sowieso am Stück auf, ich glaube ich werde das dann später zusammenschneiden, ist egal Ja Na dann Na dann Oh mein Gott, deine Seite, die du mir gegeben hast, sagt mir, dass Drogen schlecht sind Was sagt er? Deine Seite sagt mir, dass Drogen schlecht sind Achster? Ja Und sie sagt mir, dass laut Statistik nur Tiere und keine Menschen von Meteoriten erschlagen wurden Haha Aha Was hast du mir für die Seite gegeben, um dir zu helfen, oh mein Gott Die Seite des Todes Ja, das glaube ich langsam auch Wenn du weiterliest, wirst du sterben und Meteor erschlagen Dann bin ich Dann gehe ich aber in die Geschichte ein, als der erste Mensch, der von einem Meteoriten erschlagen wurde Haha Sei froh, da stehst du in den Geschichtsbüchern Und ich musste nichts dafür machen Genau Yeah Cool Ich komme auch ins Guinness Buch der Rekorde als schlechtester Let's Player der Welt Weil du die Schätze nicht findest? Oh ne, einfach so, weil ich zu doof bin, um Let's Plays zu machen Ach was